Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Donnerstag, dem 28. Mai 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 826, heute mit den folgenden Themen. Windows 10, Oppo, Sherry, WebOS, Fujifilm und CityMapper. Ich beginne gleich mit Windows 10. Microsoft hat nach langer, langer Testreihe und einigen Wartungsupdates jetzt die offizielle Version vom Windows 10 Mai Update rausgehauen. Wer also einen Windows-PC unter euch besitzt, macht schon mal Backups. Schaut, dass alles in Ordnung ist und dann freut euch auf die Installation. Was da alles neu mit drin ist und kommen wird, das könnt ihr nachlesen. Daily.geek Talk oder in den Shownotes im Podcatcher eures Vertrauens. Da ist ein Link drin und da auf der Plattform findet ihr einige Artikel dazu. Weiter geht's mit Oppo. Die nutzen nämlich aktuell das Huawei US-Embargo aus. Sie planen einen eigenen Smartphone-Chip schon seit längerem und werben deshalb aktuell aktiv. Mitarbeiter von Mediatek, das ja der grösste Mitbewerber von Qualcomm ist. Sie werben auch von Qualcomm selber ab. Sie werben von verschiedenen anderen Firmen und unter anderem eben auch von Huawei-Mitarbeiter ab, die im Bereich vom Chipsatz gearbeitet haben oder noch tun und es bald nicht mehr tun, zumindest nicht bei den Firmen und es bald eben bei Oppo tun. Ich bin mal sehr gespannt, wie schnell das Oppo auf die Beine bekommt und was sie da rausbekommen werden, denn ja, die Smartphones sind schon genial. Bin mal gespannt, wie sich die dann noch verbessern werden. Vor allem Preis-Leistungs-Verhältnisse sind sie genial. Ein Paukenschlag oder wie man es schön sagen will, einmal USA nach Deutschland und wieder zurück. Der mechanische Tassaturhersteller Cherry wurde verkauft an US-Investor und zwar zu 100%. Also die beiden aktuellen Besitzer möchten das Ganze nach Amerika verkaufen, an Investor und somit kommt das Unternehmen sozusagen wieder zurück nach Amerika, wo es ja früher mal gegründet wurde. Ich hoffe, dass das keinen Einfluss auf die Wertigkeit und die Genauigkeit der Produkte hat, denn die deutschen Switches waren schon sehr, sehr, sehr ein, wie sagt man, Massstab halt in der Tassatur-Szene bei Spielern und nicht nur bei Spielern extrem beliebt. Weiter geht es mit einer kleinen News für all diejenigen unter euch, die einen Web-OS-fähigen Fernseher besitzen, namhaft logischerweise aus dem Hause LG. Die bekommen jetzt eine Twitch-App draufgespielt. Es ist keine Riesen-News, aber das zeigt, dass Twitch langsam aber sicher auch in der Masse ankommt und das gefällt mir sehr gut. Weiter geht es mit Fujifilm. Wer in den Tagen, ja, schon seit Wochen eine Webcam sich bestellen wollte, um, ja, halt ein besseres Bild zu bekommen bei den ganzen Konferenzen etc., der wartet teilweise extrem lange schon auf seine Lieferung und da hat jetzt auch Fujifilm reagiert, hat eine Software rausgehauen, mit der man seine Fujifilm-Kamera umrüsten kann in eine Webcam. Das Ganze geht leider nur auf Windows-Geräten, weshalb auch immer. Ich hoffe, die liefern da noch eine macOS-Version raus. Und welche Modelle es genau betrifft, auch das mit einem Link bei uns in den Show Notes, sind nämlich drei, sechs, neun Kameramodelle, die den Modus überhaupt unterstützen können. Zu guter Letzt habe ich noch tolle Neuigkeiten von meiner, oder einer meiner Lieblings-Apps, wenn es ums Reisen geht. Der Achim und ich haben ja schon mehrfach über City-Mappers gesprochen. Eine einfache Art und Weise, wie man sich in Städten voranbewegen kann. Und da habe ich ja lange immer wieder mal eingereicht, dass sie auch Schweizer Städte mit reinnehmen sollen. City-Mapper hat da reagiert und zwar richtig cool, wie ich finde, da ist nicht nur Zürich, Bern, Genf oder Basel mit dazugekommen. Nee, die ganze Schweiz wurde mit eingewunden. Das hat natürlich einen grossen Vorteil, dass viele Daten, Open Data, Open Data drauf, also draussen sind, wo sie sich partizipieren können. Somit kann man Bus, Tram, Zug, Fernseilbahn, Bergbahn, Metro, Taxis, gut, Metro haben wir nur eine, Kick-Scooter, Mietfahrräder und so weiter, solche Dinge kann man jetzt alles queer durch die Schweiz nutzen. Und ich freue mich schon, wenn ich wieder ein bisschen mehr rauskommen darf, die App dann auch hier bei uns in der Schweiz zu graben. Genau, ich habe hier No Rösti-Graben gelesen, zu testen, mein Gott. Ja, No Rösti-Graben, das verstehen wahrscheinlich auch nur die Schweizer Hörer. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Reinhören, euch einen tollen und vor allem erfolgreichen Tag. Wenn ich so raus schaue, schaut irgendwie blau aus, also zumindest viel zu hell für so früh am Morgen. Aber genau, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.